Ja, dein DP ist halt krank, low, ne? Ich weiß. Nur dein DP. Ich bin ready. Aber mach Pause ein bisschen, Janik. Ich glaube, der junge weint gleich. Was zu weinen, Digga. Legit, ich bin, also, ich sag dir so, wie es ist. Er triggert dich. Nein, 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 hör mal zu. Ich bin sowieso schon richtig getötet eben. Frag Musi wegen League, Digga. Ich bin so ausgerastet, dass es war nicht mehr normal, Digga. Eins. Zweitens, ich geh in BDO rein. Hier ist grad nix, wie es funktionieren sollte, Bruder. Das ist einfach, ich fühl mich grad gar nicht wohl. Ich sag dir so, wie es ist, Digga. Und ich hab noch nie so Probleme in PvP wie jetzt, Digga. Legit, ich hab noch nie so Probleme in PvP wie jetzt. Ich kenn dich irgendwann nicht mehr wieder, jetzt. Du hast halt lange nicht mehr gespielt, ne? Du hast ein bisschen verlernt. Ich hatte nichts damit zu tun, Bruder. Ich bin letztens reinkommen. Ich hab hier alles gefickt, Digga. Jetzt, ich bin einfach ein Bonobo. Ich bin einfach ein Plep geworden, zu Rett Schmidt-To-Walla jetzt. Das ist echt. Ich bin einfach zum Season-Spieler digitiert. Allem davor. Ich hab alles zerberstet, Digga. Ich spiel wie eine Schlampe, Digga. Wie eine Windbruder. Und kein Strassenschlampe, Digga.